Ich glaube, ich muss doch noch mal die Hunting Rifle auspacken. Na toll, jetzt bin ich ja noch am Spike hängen geblieben. Das kann jetzt echt nicht sein, oder? Das wird das Inventar auf den Inventar von Proxy bekommen. Aber hast ja gehört, er ist am Spike hängen geblieben. Wir können auch so auf den Inventar zu greifen. Ein Anstieg ist hier, was kloppt, genau. Ey, hier sind gleich sechs Kornbrot. Ja, viel mehr ist nicht mehr da. Ich kann ja noch ein Kornmehl noch geben. Kannst du Mehl lutschen. Dann willst du noch Fleisch braten. Ja, zwei Eier sind noch drin. Aber zwei Eier bringen nicht viel, oder? Vor allem ist kein Fleisch mehr da, wo ist das Fleisch? Ich hab noch Fleisch im Inventar, ich hab geraten. Ach, Moment, hab ich das Wort lassen geschmissen? Ich hab noch zwei Fleisch im Inventar. Oh, sorry, falsche Kiste getan. Okay, okay. Den denn, hinten. Und dann macht daraus bitte Kochfleisch. Kein, der wird so braten. Was ist denn Kochfleisch? Mit Wasser. Mit kochtes Fleisch. Hä? Mit Wasser. Charred Meat, Quilled Meat, oder was? Hast du sauberes Wasser. Boiled Meat. Sag doch Deutsch. Red doch richtig mal. Sag doch Deutsch, Boiled Meat. Da bist du drin, oder? Äh, Proxy? Hm? Hier unten sind Lücken in der Wand. Hast du noch Coubles zu uns, dann setze ich das Spikes rein. Äh, 16. Reicht nicht. Mach Spikes. 149 Coubles zu uns, dann kannst du die reinsetzen. Hier fehlen nachher zwei, vier Blöcke. Yo, Ayo kommt, macht. Vier Blöcke. Direkt hier an der Treppe an der Ehrkunde. Ich hatte die Scheiß, sei ja ehrlich, ey. Ich mach da mal zehn. Kochfleisch. Muss noch jemand rein. Ich nicht. Das innere der Feuerwehrstation. Tee lege ich auch noch in die Kiste. Jungen, weil da mache ich zu. Dieter Dose. Schraubenzieher rein und dann war nicht komplett gefährlich. Trotz, ja. Und dann gibt's dann Bierhähnchen, oder was? Muss man ab und zu auch mal machen. Das ist voll lecker, lecker, Feierwachsen. Jep. Muss einfach manchmal sein. Bierhähnchen? Mega geil. Allein bei dem Gedanken werde ich schon freiwillig zum Vegetarier. Hattest du nur das Tor vorne, Mucki? Oder noch irgendwo? Ja. Nur das Tor. Das, was ich gesehen habe. Auf der Rückseite vielleicht noch. Ah, wohl. Hier sind noch zwei. Wo sind noch zwei? Äh, in der Ecke, wo ich gerade bin. Au, scheiße! Alter! Fucking Geier, ey. Scheiß die Wand an, ey. 13 Health. Ich fasse es nicht. Das ist ja jetzt gerade sehr ungünstig. Verblutet. Holy shit. Nee, ich bin in den Spike gelaufen, nachdem ich versucht habe, einen Geier zu finden. Jetzt sind hier noch Leute reinhielaufen, jetzt ist er komplett weg. So ungefähr. Nicht an welcher Ecke du meinst, dass dann... Alter! Diese Kackgeier hörst du nicht mehr kommen. Fliegen. Anfliegen. Bikes abknopfen. Dreckviecher. Oh, nehmen wir jetzt mal Horde jetzt. Haben wir irgendwo Eisenspikes, äh, Eisenspitzen hier oben? Ja. Ach, da, 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 da. Hm. Sieht nicht so aus, ne? Der Futtertruck ist voll. Man bediene sich. Drei, drei, unnötige Tote. Naja. Ja, ich bin vielleicht hier. Und hier ist ein Tier. Das ist jetzt gestorben. Das mit der Bandage hat jetzt super geklappt. Nicht, äh, scheiße. Och, Mann. 47 Hefe. Das kann nicht sein. Musst du sterben. Flüssig drauf. Hm, ist klar. Jop. Zweimal reicht eigentlich. Falls du noch was auffällt, ich lasse die restlichen Cuddlestone mal da. Okay. Hinter dir. Hab sie. Ich mache jetzt auch hier so ein Donnerstagstreffen bei, 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 äh, ich kann dir noch 25 Spikes geben, Ayo. Ich setze jetzt erstmal nix. Ich muss erstmal wieder hochheilen. Warte. Halt die Spikes mal. Eventuell müssen wir da unsere Treppe jetzt mal was hinsetzen. Okay. Mucki, kommt die Treppe runter. Dein Ferienwohnung, Schloss. Das klingt, als hättest du sehr gut, um die ganze Treppe runterzulaufen. Ich bin neben dir, ich bin hier oben. So wie du das angepriesen hast, ist das Schloss. Ja, es ist, was hat das? Fünf Sterne? Das ist ja nichts, das ist ja eine Brustbude. Wichtig ist, dass das eine Tür, Fenster und Wände hat. Ja, und gute Betten sind drin. Ich hab die beste Bruttelmethode gefunden. Lass Zombies ran. Nee. Geh mit dem Fahrrad rein. Ja, ha, ha, ha. Dann versuch's mal mit dem Minibike, ich geh schneller rein. Das hat einen Motor. Ich bruttel mich runter. Gut, dann haben sie das auch mal nicht rausgekriegt. Ich komm nicht mehr vom Fahrrad runter. Doch. Ich stecke fest. Alter. Ich hab das Fahrrad mal außer Gefecht gesetzt, dass Native nicht wieder auf blöde Gedanken kommen. Das war der Meist. Das ist wirklich geil. Oh ja, danke. Du kannst es ja versuchen, da wieder rauszunavigieren. Ach, das muss nicht. Orga, was fürs Minibike? Ja, das hat echt so. Ja, es gibt irgendwas, was wohl diesen Zweck erfüllt hat, wenn ihr ihn gerade Popeln nennt. Ja, Rolf, dann hol's dir halt wieder. Viel Spaß beim Ausboden. Ähm, Cap, Cap, komm mal hierher. Ja? Guck mal in die Mülltonne. Oh, das ist ja mal ein Post Office, was? Jo. Das ist nah toll. Das hätte ich ganz gern genommen. Das ist schon... Ja. Das sieht auch ein bisschen edeler aus. Ja. Okay, das ist aber alles grün drin und viral. Oh, und er hau die Nachschreibe erstmal. Das war der Tommy. Ich hab' aber dich erärgert. Alter. Lass die bei euch. Ich lasse das weg. Ich hoffe nicht mitnehmen. Lass die bei euch. Wer braucht jetzt noch Eisenspitzen? Äh. Wie viel hast du da noch drinnen? Rolf, wie viele Eisenspitzen? Ich hab' jetzt noch 286 im Inventar. Ja, okay, dann lass. Habt ihr Pfeile oben schon verteilt oder macht ihr noch? Ja, in der einen Waffenkiste hab' ich hier reingetan. Äh, wisst ihr, wo Io ist? Nein. Der war gerade hier in der Nähe. Ich bin nirgendwo. Ich dachte eben an. Wieso? Weil wir jetzt ein privates PVP haben, mein Freund. Oh, oh. Warum? Ah. Weil ich dein Fahrrad dezent in den Boden gefahren hab'. Alter, ich wollte dir einen Job anbieten und dann so. Ihr habt ja keinen Job als Praktikant frei. Wollte grad sein, so richtig schön. Ist er da unter den Tisch? Ich hab' das aber auch so hinschraubt, dass das wirklich der schönste in den Locken wählen könnte. Den Schrank, die Zwecke zu spielen, yeah. Ich kann's auch nicht empfehlen, also die Aufstiegschancen sind sehr versperrt. Ja, man stößt sich schnell in den Kopf, ne? Nee, nee, ich trau' ihm nicht, während er auf mich zulägen. Weil sein Fahrrad hier... Rausebahn ist 93 pro Person, oder ist das der Rest? Das ist der Rest. Ich hol' ihm noch Eisenspitzen ab, dann kann ich noch den Rest fertig machen. Alter, warum hast du jetzt echt hier auch die Spikes gesetzt, ja? Wie, bei euch? Nee, bei dir auf der Seite, das... Nee, das muss ich machen, da wurde ich vom Verein angegriffen. Achso. Ich hab' hier in der Feuerwehr unten drin so ziemlich alles mit Eisenspikes gemacht. Ich mölle mich jetzt offiziell von der Donnerstagsrunde ab. Ich versteck mich. Okay, tschüss. Jetzt hast du's fast geschafft, jetzt bleibst du noch da. Die halbe Stunde. Warum, warum nehmst du das Fahrrad nicht einfach nur raus und dann ist es gut? Ich weiß nicht, ob das Fahrrad nicht einfach nur raus und dann ist es gut. Ich weiß auch nicht, hier läuft da dann mit einer gezogenen Waffe rum. Das kann nur Native sein. Nee. Nee. Der sitzt denn hier eigentlich Bäume hierher, also ich seh' ihn jetzt hier. Da. Hier haben wir echt, Mensch. Hier ist was dran. Ich glaub, den hast du nicht unten. Los, lachen. Hey, hey, hey. Lachflash incoming. Coming. Der Toyot ging auf Bräubalf. Okay, warte. Ähm, Bräubalf. Bräubalf die Eisenspitze? Hast du mich lieb, Räuber? Wirklich? Wo steht jetzt hier noch ein Baum? Da. Echt noch? Ja, tatsächlich. Räuber, die Eisenspitzen hab ich in der Schmiedereitung gepackt wieder. Danke. Boah. Komm ins Frieden, komm. Und solcher Geschenke immer mitbringen. Ups. Was? Oh, hier ist ein Hase. Zu wenig? Ich weiß, ich weiß, viel zu wenig. Hast du was in deinem Rucksack drin, was mir gehört? Die krieg ich nicht mehr in Time gemacht. Dann gib mir mal die Hälfte, dann mach ich die anderen nochmal. Habt noch jemand Fehler? Ja, ich 15. Mach aber nicht alle, was ich mach zuerst noch. Proxys? Wie viel ungefähr? Danke. Ich weiß, unten haben wir eigentlich rum. Also wenn wir jetzt noch Spikes machen, gelten ja eigentlich nur noch außen davor, also dritte Reihe. Ja. Okay, bitte. 100 Stück. 100 Stück da drauf. Pause. Hier, 15 Federn. Nein. Was machst du? Ich bin geduckt. Scheiße. Wolltest du jetzt hier rauf an mir vorbei, oder was? Ja, richtig. Wollte ich. Ah, sorry. Ich war gerade dabei, die Federn rauszuwerfen. Ja, ich hab's aber. Ähm. Eine Frage. Die Munition für die Pandabas, was ist das? Ähm. Ähm. Papiere, Schwarzprozer. Ich sag jetzt nicht, dass ich eben an genau der gleichen Stelle auch an dem Spike hängen geblieben bin. Ich hab einen einzigen Punkt noch. Oh Gott. Oh. 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 Ich frag hier mal die Eierdiebkiste. Das hört sich so farb. Ja. Mach was draus, dann passt es schon. Mach was draus, dann passt es schon. 16 Holz hab ich noch. Wow. Brauchst du noch was? Nö, nö, nö. Ich dachte, das ist nur wegen dem Holz hier. Foxy. Kann nichts mehr upgraden. Hier. Dann war es gedonnert. Foxy. Holz. Okay. Oh, danke. Das ist ja eine ganze Menge noch. Äh. Ja, Eugene hat so 3000 Taschen. Okay. Ich hab auch noch 400 Taschen. Das Eugene, aber ja. Äh. Auch noch 450 Taschen. Ich schmeiß das Holz hin. Ja, wenn da ein Baum so im Weg steht, ne. Lassen wir uns da hoffen, dass wir durchschießen können nach oben, oder? Äh. Schreierin. Oh, ich hab gesagt. Pfeiler und, äh, Rand. Ist die 18 Uhr Schreierin. Ja. Ja. Hat die Verspätung? Ja. Die Vorhautenhauter. Was hab ich vorhaut? Ich hab geschrieben. Ich hab geschrieben. Grüner Kopf. Grüner Kopf, jawohl. Und grüne Mutti. Läuft. Wo sind die Fahrer? Wo sind die Fahrer? Ich hab doch hier ein Fahrrad hingestellt. Ja. Noch ein Freier. Und noch zwei. Wie, gell? Nee, ich hab dir hier eins hingestellt. Ich hab dir hier eins hingestellt. Es wurde eingebauten. Okay. Ikku, ikku, ikku. Was? Ikku, ikku, ikku. Ach, ja. Wusstet ihr, dass unsere Treppe gerade offen ist und so? Nee, jetzt nicht, ja. Wer ist denn da schon wieder runter, ohne das Zeug wegzunehmen? Ähm. Der Leute hat rausgerufen. Ach, nee. Ernsthaft jetzt? Ah, scheiße. Ich muss jetzt nicht aushaltende Reichweite. Ja, ich denk mir, das war auch besser so. Irgendjemand ist da sehr liberal, was Blöcke wegnehmen kann. Und 19 Uhr. Versuch nochmal. Versuch nochmal. Ja. Hast du Frames? Ja. Ich ziehe hier weg. Warte, ich lasse mal grüne Farale hinter mir. Vorsicht raus, ich hab da einen weggenommen. Oh, oh, oh. Oh, da kommen noch mehr Grüne. Ach du, grüne, neune. Jetzt hab ich gerade richtig geil mein Moppet in eine von euren Löchern hier versenkt. Oh, oh. Idioten. Oh, man. 388 Eisenpfeile noch in der Harmoniekiste da. Okay. Wer schießt mit 7mm? Ich? Wo sind Eisenpfeile? Ich? Das ist der schießmütige Amerikaner hier. Ach, da bist du. Hier. Ähm. Ich hab nochmal ein paar rausgenommen. Problem ist da hinten, ich schreibe, dann läuft der immer nach Roman und ruft, ne? Fleißig. Weil keiner sich um sie kümmert. Ich renne hier tausendmal ums Haus. Was? Ja, die ist bei mir am Reichweitenlimit. Ich kick die nicht richtig. Reichweitenlimit. Okay. Jetzt auf Osten. Geht hinter dem Shotgun Messiah. Hinter dem Shotgun? Ja, die ist gerade im grünen Streifen hinter den Shotgun Messiah gegangen.